ja leute willkommen zurück bei the last of us ich bin der flo von silberfeld games and more und letzte folge war ja sehr sehr süß riley und ellie haben da das kaufhaus erkundigt erkundet und in kaufsale gefahren und haben verstecke gespielt und mit wasserpistolen und so weiter habt es gesehen war ich putzig zum schluss haben sich noch geküsst und riley hat sich entschlossen doch nicht zu den fireflies zu gehen ja mal spannend wie es jetzt weitergeht natürlich habe ich ja gewarnt vor der lauten musik und es ist das eingetreten was ich mir fast gedacht habe aber wir hört schon an dem wind pfeifen wahrscheinlich sind wir wieder mit ellie bei joel zwei jahre später sie jetzt eingeschlafen war sie hat wahrscheinlich so geträumt von riley so wie wir jetzt wieder zu joel kommen jetzt weiß ich wieder wo wir sind quasi nur auf der anderen seite boah das ist die fahne da oben ey du hast zum Beispiel mal geräusche ey nein scheiße oh was zur hölle was machen wir hier wer schätze ich um diesen alten und ein kleines mädchen je schneller wir sie finden desto schneller kommen wir hier raus ich schaue mich hier drüben um los schau dich hinten um na heiliges bisschen ey die suchen uns also das waren die die uns in der uni wahrscheinlich angeschossen haben gehe ich mal stark davon aus so müssen wir auch mal jetzt gucken wer hier wo langläuft 10 minus 1 würde ich sagen jetzt sind noch die 2 da müssen aufpassen ist alles voller glasplitter oh das war auch verdammt knapp alter kommen beide hierher oh geht ja einer raus der guckt noch zur tür raus hast du schon was gefunden oh jetzt hat er sein kumpel gerufen ne scheiße oh Mist so so Freunde so 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 wo war denn der jetzt gleich noch mal so je so ich so so ich so nicht mehr das ist auf jeden fall nicht lang gekommen das weiß ich aber gucken mal ja wer hat denn hier was lang geschleudert, das ist ja sehr merkwürdig da unten sind drei aber die sind doch nicht so schlau und schleichen hier ihre beute lang oder? kann ich mir nicht vorstellen leute da geht es auch runter hier geht es nicht weiter gucken wir mal hier ach der hat sich selber hierher geschliffelt, ach das einer soll in den soldaten cool, mal aufnahmegerät lesen, äh hören ich bin der letzte überlebende meiner crew und krepier in einem luftschach was hast du denn von mir erwartet? ich wurde gebissen und es war nur eine frage der zeit bis sie mich tötete auch wenn ich gar nicht infiziert war sie meinte sie würde es nicht tun aber ich konnte es in ihren Augen sehen wieso sonst zog sie die waffen? wieso zum Teufel zog sie die waffe? ich hab nur mit ihr geredet hätte sie nicht gelogen hätte ich nicht zugesanden sie hätte mich erschossen ganz sicher aber warum hat sie dich leben lassen, Alice? ist auch egal ich habe sie erschossen ich bin abgehauen ich habe diese Kreaturen bekämpft und dabei ist die Naht in meinem Stumpen wieder aufgeplatzt ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunehmen nicht mit einem Arm nicht mit einem Arm ich kriege keinen Knoten nicht mit einem Arm nicht mit einem Arm ich kriege keinen Knoten nicht mit einem Arm ich kriege keinen Knoten so kalt ich rufe mich lieber aus Tja, wissen wir auch was mit der Crew passiert ist haben wir alle Überlebenden also alle gefunden so am Arsch vielleicht kann ich ja hier ein bisschen was durcheinander bringen wenn sie sich gegenseitig auslöschen muss ich nicht alle fünf töten wobei ich weiß nicht was mir lieber als Infizierte oder Banditen oder Überlebende Überlebende leben noch beide ein Infizierter ist schon mal tot das hat sich doch gelohnt würde ich sagen das hat sich doch gelohnt würde ich sagen oder ja genau töte noch den ein du tötest jetzt den oh sind beide Überlebende tot cool die Infizierten haben gewonnen man was ein Schauspiel aber jetzt sind sie natürlich unterwegens da ne klick klick klicker zwei stück ok die kriegen wir auch mit einem Bogen nicht wobei wir hier oben ja ganz coole Positionen haben eigentlich ich kann ja nochmal versuchen bis sie herkommen bis sie herkommen ja 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 sehr schön sehr schön ich denke schon ok also es werden mehr überlebende kommen gehe ich mal stark davon aus können wir noch irgendwas bauen Verbandspäckchen oder lieber ein Monotops, kommt ja gute Frage, was wir brauchen als nächstes. So, mal gucken, ob ich hier noch Pfeile habe. Jawoll, der ist abgebrochen, einer, aber immerhin noch einen. Sehr schön. Sie haben nichts hier. Soll ich hier ein Sportartikel laden, ey, sehr cool. Ist noch ein Pfeil. Haben wir denn hier namhafte Football-Jerseys. 50% Sales, Smith, 47, sieht aus wie ein Linebacker. Rotes Trikot, weiß ich nicht. Das hier könnte doch ein Greenback Packers Trikot sein, 21, haha Clinton Dix. Könnte sein. Da haben wir ein D18. Sieht ein bisschen aus wie... Denver Broncos, also Eli Manning würde ich sagen. Das könnte Phillip Rivers sein hier. Das ist Basketball, da kenne ich mich nicht aus. Cool. Noch ein Pfeil, Mensch. Jetzt haben wir noch ein schönes hier. Golf. Da hängt es wieder. Ha, ha, Clinton Dix. Das ist der Free Safety von Green Bay. Aber, das ist ein anderes Spiel. Oh, hier lag noch Energie. Essen. So. Ich hab immer so das Gefühl, dass hier jeden Moment einer um die Ecke kommt. Ah, also bin ich da auch nicht hergekommen. Ich bin doch hier eindeutig nicht durchgegangen, also... Irgendwie komisch. Ja. Guck mal hier irgendwie durch. Nee. Jetzt haben wir in diesem Swirlsladen, da liegt er drin, ja. Tja, hier geht's nirgendwo rein. Ah, hab ich was übersehen, ne. Kann ja eigentlich nicht. Ach, da oben. So, Energie ist voll. Das klang mir jetzt aber nicht wie ein Infizierter. Oh, meine Güte. Oh, da kommt schon wieder so ne Affen, ey. Ich versteck mich mal hier. Darf ich? Und dann werden wir wieder das so machen. Ja. Jetzt zieht's ab. Klasse. Da haben sie einen weniger. Sehr schön. Kommt hierher. Ich will mich hier sehen, oder was? Au. Nein. Ähliiii. Oh mein Gott. Wir hatten jetzt gewonnen. Wir hatten jetzt gewonnen. Oh mein Gott. Wir hatten jetzt gewonnen. Puh. Das war zu weit. So, jetzt steht immer noch. Ein Überlebender ist noch da. Den könnten sie noch fertig machen. Scheiß Klicker kommt wieder hier in meine Richtung. Äh, ist hier denn der? Nein. Boah, ich komm schon, ey. Okay. Okay, wir lassen das. Oh, ist der dumm trifft der denn nicht, ey. Jetzt hat er ein wenig, oder? Und er hat auf jeden Fall getroffen. Oh. Keine Flaschen hier, und jetzt haben die zwei Klicker überlebt. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Dann wollen wir doch mal gucken. So. Da war es nur noch einer, hoffe ich. Boah. Das war's. Hoffen wir es mal. Habe ich den Pfeil jetzt aufgenommen? Ja. Gut, dann jetzt aber raus hier. Wo sind die jetzt reingekommen? Die Affen sind bestimmt von da oben, ne? Ja. Ja. Geht immer noch nicht für. Groß was zum bauen hier. Und da sind wir mal gespannt, was uns jetzt erwartet, ne? Ja. 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 Sehr schön. Ja. 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 Hier. Ja. Oha, da ist auch noch einer. Kacke Verdammte. named. Sehr schön. So, jetzt sind es nur noch drei. Scheiße. ok, das musste jetzt sein boah sind immer noch zwei da unten ne, da oben kommt auch noch einer ok, passt mal auf meine lieben Freunde hab nur einen erwischt, scheiße ich dachte ich krieg beide von hier wärs besser gegangen, ne blöd ist doch nur noch der eine, wer sieht nicht ach, da oben ist doch noch einer, siehst du den halt, ich hab's vergessen so, jetzt dürfte es nur noch der eine sein ok, der will was na komm her, du Bastard kannst du vergessen, ne das hätten wir so, wo ist denn der jetzt hier hergekommen so, auf zu Joel nein wo auf einmal viele wieder, ey ich kann nichts machen, ey ich kann nichts bauen, mehr nichts scheiße jetzt haben sie mich gewöhnt, ne richtig schlecht alter boah was für ne Bastarde, ey siehst mich auch nicht nein nein das macht sie schattig nein, er hat mich tot der Ellie, oh mein Gott, ey das ist auch ein bisschen übertrieben, ne alter Verwalter ja, von da kommen sie was soll ich denn machen, ey so dann müssen wir sie doch leider ausschalten irgendwie die Frage wo ist der beste Platz dafür, ne ja, ja ausschlag hin, ausschlag her ja scheiße ja, genau ah, nein boah, dass ich es immer nicht hinkriege im Nahkampf ja, so viel dazu ah, wir haben sie wieder erwischt ach, nein ich würde ja mal sagen, Leute wir machen mal an dieser Stelle einen Cut und wir gucken mal wie es ausgeht in der nächsten Folge ich sage danke fürs Zusehen wenn euch das gefallen hat lasst mir ein Like da gerne natürlich auch ein Abo und ein Kommentar ich würde mich mega freuen und ja, wir sehen uns dann wieder wenn es wieder heißt The Last of Us Left Behind ich bin der Flo ich bin raus